Ich hoffe, der letzte Fisch, dieser Dünenjäger, der ist jetzt hier in den blauen, ich glaube, den gibt es nämlich nur in den blauen Kreisen. Ja, den gibt es nur in den blauen Kreisen und zwar hier halt in dieser Oase. Ja, den Roboterfisch, glaube ich, gibt es unten bei den Docks und die Garnele weiß ich gar nicht mehr, aber das kann man ja nachgucken. Eintopf mit Roboterfisch. Jetzt gibt er mir noch ein paar Zutaten hier. Ja, ähm, ja, hier sammeln. Hier, den gibt es in der Oase. Den Roboterfisch an den Docks. Und hier am Hain. Die Garnele. Und mit denen soll ich jetzt kochen. Ein beliebiges Gericht. Hm. Ja, gut. Dann haben wir... Ach, da war der Roboterfisch. Roboterfisch. Da ist der. Und jetzt... Ähm, die ist unten. Ach, jetzt habe ich wieder rausgemacht. Ich wollte eigentlich schon zurückgehen. Äh, Roboterfisch. Der hier. Hier unten. Da. Ach, keine Ahnung. Und dann... Äh... Ein Apfel. Wo ist Hufi? Wo ist Hufi? Der läuft jetzt gerade weg. Bleibt mal hier. Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Wie geht's dir heute? Hey, du! Ich kann ausversehen, Koko-Bang. Oh, Kofi. Ja, das war dann auch die Aufgabe. Bleibt nicht mehr so viel. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.